Tyrande vs. Anduin Das meint er nicht, Apex? Oder meinst du das? Meinst du das, was wir jetzt wirklich in nächster Zeit machen? Oder? Hamza, nimm mal eins Tag Nimm einfach beide Dings Apex haben wir gut gemacht Einfach beides abgedeckt Ja gut, zweimal Alexstrasa klingt nach ziemlichem Quatsch, oder? Aber zweimal Operative klingt gut Das freut mich zu allem, Pablo Sooo, ein Damage Das ist ein Blood Twist, Leute Sei geil Nicht schon wieder Und ich dachte ernsthaft schon wieder Nein Ich dachte ernsthaft schon Aha Ja Ja, das ist ein Safe Pick Silence Wegen der Statue, die jetzt resurrected wird Als Safe Start holen Das ist alles in Ordnung Ja Ja Ich kenn, ich kenn, ich kenn, ich kenn das da Gleich mal silencen den Scheiß Das ist immer noch halb so wild Unstrengend Unstrengend Warum der tradet Warum der tradet, versteh ich überhaupt nicht Warum der tradet, versteh ich überhaupt nicht Enttomb die Statue noch nicht Hätte ich noch keinen tieferen Sinn Hätte ich noch keinen tieferen Sinn Aber Scream ist auch gut Scream in Tomb Ich hab ein paar Konterkarten jetzt Schwerig, ich hoffe, er spielt in Turn Turn Yasharash Ich hoffe, er spielt in Turn Turn Yasharash Oh, top der Kragner Sehr schön, ich hab's enttoben und direkt bekommen Oh, gekollt Turn 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 Yasharash Hm Ja Ja, die Statue wäre eigentlich hier ganz toll Problem ist nur Dann jetzt bin ich im nächsten Turn tot Ja Natürlich trifft er Raggi Scheiße Mann, wie viele Statuen werden denn das? Ihr verarscht mich doch alle Mann Mann Mann, die Statuen sind so scheiße Ich wollte doch nur mal wählen, Mann Äh Äh, ne, nicht wählen Äh, ne, nicht wählen Garage kommt Aber jetzt hab ich selber ne Statue Jetzt ist es nur noch halb zu wild Das ist okay Das ist okay Das ist okay Ich mach sogar das Breaker sind Nein Ne, mach gar Oh, yes, warte Ah, ich kann's noch nicht machen Ich kann's noch nicht machen Oder vielleicht schon Ich kann's noch nicht legen Oh, definitiv noch mal in Tomb, oder? Dann müsste ich ein bisschen Zeit haben Wenn er eine Statue legt, enttumbe ich die Ja, es ist okay, weil das hat mir viel Zeit gekauft Oh, das hat mir sehr viel Zeit gekauft Oh, wie cool war das Alexstrasza, bitte? Oh, shit, ich kann ihn besiegen 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 Oh, shit, komm Das richtige Topdeck und ich hab's Ah, das ist nicht das richtige Topdeck Oh, shit, Leute Oh, shit, oh, shit, oh, shit Ich war ein fucking Topdeck entfernt Ähm Mach das jetzt so Bisschen Bord bei der Statue Guck ich den Tumpen Und dann vielleicht mit Profit Vale Und Mindblast finischen Mindblast wird nämlich aktuell sogar 6 12 Damage machen 12 Damage ist aber noch nicht genug Mann, das ist nicht genug Ich würde gerade 12 Damage machen Ich bin so nah dran Ich bin so nah dran Was? Ich bin so nah dran Ich bin so nah dran Heim ich jetzt ein bisschen Ha, yes So, damit ich jetzt nicht overdraw Ist egal, er kann damit nicht angreifen Ist egal, ne? Oh Gott, nein! Okay, egal Also ich mach gerade hier mit 12 Und hier mit 12, macht 24 An ihm komm ich nicht vorbei, ihn muss ich jetzt entpumpen Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Mirage Caller das jetzt noch auf ihn mache Hoch ist die, ist die hoch? Er macht dann 20 Damage mit dem Mind Blaster Eigentlich kann ich Mirage Caller Ne, den kann ich nicht spielen, aber ich muss jetzt meinen Platz spielen Weil ich bring die eh nicht in einem Turn alle durch Der macht das 12 und der macht 20 Jetzt kommt's halt Ja Matchup ist erstaunlich schwer Okay, jetzt kannst du dich aber nicht mehr heilen Ja Oh Baby Was für ein Match Oh, so komplizier, wieviel Statuen hat er gespielt? 4 4, 5, 800 Statuen Und trotzdem gesmacked Oh, war das anstrengend, dieses Match Das war das Halfstone Highlight für heute Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst eine positive Bewertung da, wenn dem so ist Und schreibt mir natürlich eure Meinung zum Match unten in die Kommentare An der Stelle möchte ich mich bitte in der drüben eingeblendeten finanziellen Supportin bedanken Vielen lieben Dank, dass ich es mir möglich mache, diese Halfstone Videos hier zu produzieren Falls sich jemand dieser Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben Oder unten in der Videobeschreibung Dort findet ihr auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen Falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen wollt, um mehr von mir außerhalb von YouTube zu sehen Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren Denn nur dann landen die neuen Halfstone Highlights auch in eurer Abo-Box Oder checkt die beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Und bis zum nächsten Halfstone Highlight